Als die Nachricht über die hohen Stylingkosten der Außenministerin Annalena Baerbock die Öffentlichkeit erreichte, war die Verwunderung groß. Claudia Mihaly Anastasio, Friseurin und Stadträtin, zeigt sich schockiert angesichts der Summen Zitat, als ich das mit den 11.000 Euro gehört habe, habe ich Schnappatmung bekommen. Die Kosten für das Styling von Baerbock werfen Fragen nach der Notwendigkeit und Angemessenheit solcher Ausgaben auf. Zitat, sie muss gut aussehen. Punkt, räumt Mihaly Anastasio ein, gibt aber zu bedenken, dass Einsparungen möglich wären. Zitat, es wäre besser, sie würde sie ins Angestelltenverhältnis nehmen. Sie schlägt vor, dass Baerbock über weite Strecken auf eine Stylistin verzichten und sich selbst stylen sollte. Zitat, für solche Tage sollte es das doch tun, wenn sie sich die Haare selbst macht, so die Friseurin, die auch Seminare für das eigene Styling anbietet.